Musik 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 So, jetzt gucken wir erstmal nach unseren Fähigkeiten. Da haben wir auch wieder, ich glaube, ein Pünktchen hier. Das mal hier wieder ein bisschen was verteilen. Haben wir hier nicht irgendwas, was vielleicht brennend wichtig wäre. Was passiert denn, wenn ich hier eine zweite Fähigkeit erfolgreich bringen deutlich mehr Macht ein. So wie es jetzt Schaden erleidet. Äh, ist ja ätzend. Was haben wir hier gemacht? Wir nehmen mal das hier und gucken mal, was passiert. Ah, okay, dann wird das hier außer Dings gesetzt. Wir machen mal das, wir lassen das mal auf dem hier. Aber dann wissen wir jetzt auf jeden Fall schon mal Bescheid, dass wir immer nur eins nehmen können. Das ist auf jeden Fall jetzt sicher. Gut, das war das. Haben wir noch irgendwas im Inventar? Ne. So, Balrog. Ja, das ist natürlich Weltklasse. Auf dem Balrog habe ich jetzt so eigentlich gar keinen Bock. Bal, kein Bock. Ich würde sagen, wir gehen das mal hier nach unten und gucken mal, ob wir hier was erledigen können. So hatten wir es ja auch vorhin gesagt. Und, ähm, gucken wir noch, ob wir noch ein paar Jungs für unsere Armee finden. So, warte mal, welche Richtung muss ich dahinter? Ich muss aber da lang. Also gut, also muss ich hier auf jeden Fall runter. Also, es geht hier schon wieder. So, dann gehen wir mal hinten lang. Kann ja eigentlich nichts schief gehen. Hoppala, gegen den Baum gerannt. Ich würde auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall. Hier, hier. Was ist das? nur kleiner so was haben wir hier aber dennoch sind sie die größte wissensammlung weit und breit als mädchen faszinierte mich die hier vereinte weisheit von geschichten über gedichte bis hin zu kochbüchern aus vergangenen tagen dieses hier geschichten aus dem fernsten um war eines meiner lieblingsbücher erzählungen von verwegenen piraten aus alten zeiten echte kursaren sind sicher weniger edelmütig als die geschichten sie darstellen aber sicher weniger grausam als orcs was zu beweisen wäre wäre ich mir nicht so sicher aber ist auch nicht so wild so wir müssen jetzt hier eine menge leute killen es ist doch überall das gleiche die ehrgeizigen kämpfen gegen die trägen wir starten das mal der ist nämlich auch ziemlich cool auf seinem karagor versuchen wir unser Glück mal sehen wie schnell und leise du dich ganz allein wieder findest fünf was fünf im schleichen getötete feinde ich glaube wir werden gleich jemanden in stöpfe reißen wo ja was ihn auch getötet hat ich hoffe hier wo ist er denn da krieg ich nicht den krieg ich so nicht 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 wie wir 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 Nein, mir fehlen noch zwei. Den krieg ich nicht mit der Tötung. Ich bin nicht mit der Tötung. Was ist los? Warum fallen meine Jungs wie die Fliegen? Hork Devil. Kriegstreiber, Stammbrecher. So, was hat er denn für Schwächen? Anfällig für Schleichen. Furcht vor Gift. Er leidet Schaden durch Fernkampfangriffe. Und was ist er? Was haben wir hier so? Erzündung durch Hinrichtung. Brecher. Epische Entschlossenheit. Karagor-Reiter. Ja gut. So, dann gehen wir jetzt. Aua! Schapöng. Was bist du jetzt für einer? Sondern wegen mir. Ja, ich gebe dein Blatt. Ja, ich gebe dein Blatt. Ich gebe dein Blatt. Ich gebe dein Blatt. Du weißt, was jens passiert? Geht es dir nicht gut, Waldläufer? Du siehst reinkaufen! Boah, jetzt geht es rund, jetzt kommen sie alle hier hin. Erstmal hier durchmarschen. Du brauchst mal ein bisschen leben, bitte! Wo rennen die denn alle hin? Oh, ein Glück! So, wo ist denn jetzt der Spackofatz? Ich habe da drüben etwas gehört. Typisch für mich, mit dir hier draußen zu sein. Er schlägt dich doch! Jetzt habe ich schon wieder... Nein, jetzt habe ich sie alle am Hals. Deine Angriffe sind zwecklos. Ich habe unzähl geschlagen. Darum habe ich dir jetzt schon wieder zwei am Sack. Das darf doch nicht wahr sein. Die Angriffe sind zwecklos. Die Angriffe sind zwecklos. Hier, wo ist der? Die Dicke Gemas? Alter, was ist denn hier los, ey? Zwergelaufstand oder was? Wollt ihr mich alle verarschen hier? Nein, ich habe keine Helmgeschosse mehr. Ja, genau, jetzt habt ihr beide so ein Ding oder was? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ja, das ist er. Das war's für heute. 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 Oh man, ich hab's für heute. Die Schrott sieht wieder das komplette Lagerhaus nach und nach. Oh fuck, den wollte ich eigentlich gerade so nehmen. Holla, die Wallfee geht hier gerade ab ey. So, das ist jetzt mein Freund. Sag mal, kann ich nicht mehr beherrschen? Gibt es an dem Ring, dass ich den... Das wäre ja, das wäre, ist doch schön. Ich muss mal gerade was im Inventar gucken. Ne, da steht aber nichts dran. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den Ring verbessert. Ich werde dich finden. Ich habe den Ring verbessert. Ich habe den Ring verbessert.